Die United European Farmers haben sich letztes Jahr im November gegründet und es sind sehr viele europäische Staaten im Prinzip aus der Basis-Protest-Bewegung heraus Mitglied geworden. Der Erhalt der europäischen Landwirtschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nun ist es so, dass jeder Nationalstaat seine eigenen Probleme hat und wir uns im Prinzip auf den größten gemeinsamen Nenner geeinigt haben. Das sind die Probleme, die alle Länder betreffen und diese haben wir in einem Manifest zusammengeschrieben und daraus unsere Porderungspunkte erstellt. Es beginnt für uns damit, dass wir fordern, dass endlich sämtliche Inhaltsstoffe und sämtliche Herkunftsländer auf den Lebensmitteln deklariert gehören, damit jeder Kunde überhaupt weiß, was er kauft, bevor ihm vorgeworfen werden kann, er kauft nicht richtig ein. Um richtig einkaufen zu können, muss man wissen, was für ein Produkt habe ich dort in der Hand. Dann ist für uns eine ganz große Forderung nur ins Regal in Deutschland, in Europa, was zu eben diesen Bedingungen produziert worden ist. Von der Urproduktion an, sprich sämtliche Sozialforderungen, sämtliche Umweltschutzforderungen, alles was in Deutschland, in Europa gilt, muss für sämtliche Marktbeteiligte gelten. Wir fordern auch den Stopp des Imports von Palmöl und Palmfett. Wir haben in Europa genügend hochwertige tierische und pflanzliche Öle und Fette. Nicht nur unserer Gesundheit zuliebe, sondern insbesondere auch unserer Umwelt zuliebe. Wir brauchen in Europa eine Harmonisierung des Marktes. Es muss fair zugehen für alle europäischen Länder. Dazu ist es erforderlich, dass alle Länder einen einheitlichen Mindeststandard erfüllen müssen. Es ist in sehr vielen Ländern, speziell Deutschland, Österreich und in anderen Hauptagrarländern im Westen so, dass nationale, weitaus höhere Auflagen zu erfüllen sind, um die CC-Auflagen zu erfüllen. Das darf so nicht sein. Daher stehen wir auf dem Standpunkt, dass sämtliche Forderungen, die über den EU-Mindeststandard hinausgehen, von den jeweiligen Nationalstaaten, den Landwirten in ihren Ländern abgegolten werden müssen. Und zwar zu den Entstehungskosten inklusive Lohnansatz. Wir brauchen einen Green Deal 2.0, damit unsere Kinder auch eine Zukunft in der Zukunft haben. Mir liegt es sehr am Herzen, dass unser mittlerweile knapp 600 Jahre in Familienhand betriebener Betriebhof auch von meinem Sohn und von dessen Kindern weitergeführt werden kann. Dafür brauchen wir den Green Deal 2.0. Wir Landwirte müssen mitgestalten dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank.